guten tag leute hier spricht wieder euer peter gegen heute ist mit der natten spielen wir mal mit der nationalmannschaft mal leute da bin ich mal gespannt wie wir heute mit der nationalmannschaft hinkriegen so würde ich sagen ja so passt so passt so passt so kann man es mal gucken leute wie man es heute hinkriegen mal gucken wie man es heute für schöne spielen gegen griechenland ich bin mal gespannt so leute gegen griechenland spieler unser erstes spiel führt für die für die nationalmannschaft als trainer leute da nur für dich hat ja da bin ich mal gespannt wie die wm waren die situation mutter 3 sieger ein unentschieden und ok und die das ding machen wir jetzt nur noch mit der mannschaften was so wie die aber leute ich würde sagen wenn es dann um ding geht leute wenn es dann nächste mal die nächste qualifikation die nächste spiele beim nächsten auswählen da werden wir schon mal gucken wie man mitnehmen werden wir mal schauen wie man es so machen ob man die junge ob man wie die junge und so würde ich sagen dass man damit gucken wie die mannschaften schau mal dann einfach mal wie man das dann hin machen von bandspieler würde ich sagen mal wirklich rausnehmen und manche lassen im team und wissen halt wie es halt funktioniert lange wo muss man sagt bis mal so gut gewiss funktioniert leute wir müssen aber unser spiel heute machen das ist unser wichtigste manche werden wir vielleicht rausnehmen manche bleiben vielleicht drin im team wir schauen ein paar movies mannschaft so ist noch werden vielleicht bei junger nicht mal nehmen alle müssen helfen die 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 europameister kriechen man das machen helfen wo die griechen europameister wurden leider. Das waren acht Zeiten, wo Griechen dann Europameister wurden in der Zeit. Wo Griechen den Europameistertitel gewonnen hat. Das waren auch schon schön. Jetzt schauen wir mal, wie die WM... Mal gucken, wie man mit einem Nationalmannschaft hinkommen kann. Ah, fast rankommen, Leute, fast rankommen. Oh, Alter, ich habe nie gedacht, dass Gnabry an den Ball noch kommt. Ich habe nicht gedacht, dass Gnabry noch an den Ball kam, Leute. Jetzt habe ich nicht gedacht, dass Gnabry noch an den Ball kommt. Und Bayern macht... Leon Krützka macht das erste Tor unter unserer Regentschaft im Spiel. Genau, wir wollten natürlich den Titel, die WM-Qualifikation am besten gewinnen die Gruppe. Man muss erst die ersten zwei Plätze erreichen, Leute. Das sind unser Ziel. Die ersten zwei Plätze musst du erreichen, um zur WM zu fahren, Leute. Ja, das war mein Fehler. Ich habe die... Das war mein Fehler. Ich habe die... Die Spieler... Wir waren zu offen im... Guck mal, wir waren zu offen. Wir sind zu früh raus... Wir sind zu früh rausgerückt, Leute. So früh rausgerückt, Leute. Wir sind zu früh rausgerückt aus der Offensive. Das sieht man immer... Das merkt man Sinnzuführe. Ja, wir sind zu früh rausgerückt aus der Defensive. Auch in der Nationalmannschaft müssen wir halt noch gucken, wie die Mann. In der Nationalmannschaft müssen wir halt noch gucken, wie die Mann. Wenn man ja auch die Taktik ein wenig geändert hat, wenn man die Spieltaktik ja auch geändert hat. Sozusagen. Ob man die anderen wieder nehmen werden, wie er es sehen würde. Ich teste jetzt erst nur meine und dann werden wir im zweiten Spiel wahrscheinlich... ...die alte Taktik-Mode-Teste. Und dann nehmen wir einfach die Taktik-Mode-Teste. Und dann nehmen wir einfach die Taktik-Mode-Teste. Und dann nehmen wir einfach nur meine Taktik-Mode-Teste. Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? So können wir es dann machen, die beste Taktik nehmen wir dann. Die beste Taktik von beiden Nehmern, dann will ich es schauen wir dann an. Dann schauen wir dann einfach mal. Alle waren nach, ich habe doch gut, da war doch Freiburg kurz vor euch geschießen, passen wohl. Wo schießen wollt. Komisch aber noch, ja okay. Okay man merkt die Taktik. Wir müssen doch ein bisschen üben mit der Mannschaft mit dem deutschen Mann. Ja, es funktioniert. Wir müssen einfach gucken wie die Mannschaft funktioniert. Wir müssen noch ein bisschen üben. Das hat mir das Wichtigste. Wir müssen noch ein bisschen üben. mit Lewandowski und unser Anachelsspürmeister, die sind halt ein bisschen anders, damit wir uns ein bisschen umdenken, immer mal wieder ein bisschen. Mit Lewandowski und so. Aber so ein Funktion schlecht ist es nicht das Spiel. Okay, unser erstes Spiel, das ist so, dass man sozusagen gleich hier ein Feuerwerk zeigen, dachte ich eh nicht, Leute, dass man gleich ein Feuerwerk des guten Fußball zeigen kann. Wir waren in, dass man komplett, dass man die, dass man das mega, das war das mega Fußballzeichen heute, dachte ich irgendwie. Aber das ist dann so, am Spiel. Wie hat das denn gedacht? Ich nicht, Leute. Abseits haben. Ja, die Grieche spinnt gut. Sie sind halt ein gutes Abwehrfolio. Griechenland, Dann ist ein gutes Bollwerk, Leute. Aber wir kommen einfach nicht durch die Mitte. Wir kommen unten. Wir kommen einfach mit der Taktik. Alle Griechen tun uns richtig, die Döpfe. Wie kriegen wir die Mannschaften natürlich irgendwie durch die Mitte? Oh, der Ball, warum geht der wieder nicht richtig, Alter? Alter, man merkt, die Griechen sind defensiv ein Bollwerk, Alter. Alter Handspiel, Alter Handspiel. Alter Handspiel. Das ist Peter, Leute. Das ist Peter, Leute. Das ist Peter, Leute. Und Griechenland verschießt den Ball. Aber so war so. War knapp. Aber Neuer wäre da gewesen. Neuer war mir da gewesen. Ich bin auf YouTube. Ich bin auf Google. Geht euch! Ich bin auf Google. Hier haben wir das nichtbekommen. Alles ist genau hier ein Bollwerk. Ich bin auf Google. Jetzt habe ich da gefragt. Ich bin auf Google. Okay, aber jetzt ist das ein Bollwerk. Es fängt mal gut an, Leute. Ich habe nicht viel geändert, weil ich mir erst mal gucke, wie die Mannschaften laufen. Ah, hier, es wird eine schwere Bürteladen. Wir kommen durch die griechische Abwehr nicht durch, Leute. Wir kommen durch die griechische Defensive nicht durch. Ich bin schon ab, nochmal durch die griechische Defensive. Alle die griechen sind ein, weil er heute ist, weil er. Und dann einfach durch die griechische Abwehr nicht durch die Griechen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 11 Meter, Alter, um. Alter, mir kostet alles abnormal, Alter, was Griechenland heute für ein Spiel macht. Alter, wir kommen durch Griechenland, die Defensive von Griechenland, bringt uns verzweifelt, mir verzweifelt durch die Griechenland. Alle, die verzweifelt, alle Leute. Alle, die verzweifelt uns ja langsam. Alle, wir kommen einfach nicht durch die Nähe. Wir kommen einfach nicht, wir kriegen die Griechen nicht geknackt heute. Alle, unser erster Niederlag in der Karriere, Leute. Aber wir haben einfach nicht die Bälle in die Mitte durch die Pässe durchgekriegt, Leute. Wir haben die Mitte dicht gemacht, das war unser Problem, Mann. So haben wir es nicht gepackt, das ist ja unser großes Problem. Eieiei, Mann, oh, er ist verhaftet. Ah, das gibt's. Oh, Mann. 79. Ja, das sind ja die... Oh, Mann, das war ein... Portugal ist... Oh, Mann, das war ein... Oh, die Gruppe wird schon hart. Oh, Mann. So, Leute. Machen wir noch den Trainingstag noch fertig, Leute. Dann machen wir noch die monatliche Scouting. Schauen wir mal die monatliche Scouting. Und, wenn wir... Um, ein Kleinen... Um, um, ein Ablehnen... Um, ihn, ihm nehmen wir mit, und, ihm nehmen wir mit. Er nimmt dann nur noch... Wir nehmen nur wirklich die... Um, wenn, um, drei, ne, komm mal... Ne 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 82 și ne ne un noru 87 Ne ja potential Ne 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 mit Ok aber Leute, ich würde sagen Gegen Wels Spielen wir, denke ich, mal anders Somit sagt Euer Peter Gaming Tschüss, bis dann Und PG, bis dann